25 von 21. Sollen wir mit euch zusammen den Verkehr runter bremsen? So verstanden? Seid ihr bereit? Hinten fühlt sich noch ein bisschen schlimmer alles. Thomas, sag jetzt was wir machen. Wir haben jetzt einen Verkehrsunfall mit Personscharfen. Normalerweise, ich mache alles, um die Polizei zu verhindern. Aber heute bin ich mit euch. Die German Autobahn hat ihre eigene Polizei. Tillmann Hartung und Alex Lattendorf arbeiten als Autobahn police. Sie monitort traffic auf eine 220 Kilometer stretch of highway in der German state of Hessen. Und das ist das Auto, das sie benutzen. Ein BMW 530 Diesel mit 265 HP. Sie tragen auch Schäden und haben bulletproof Veste. Wie gefährlich ist der Job? Gefährlich wird es natürlich immer, wenn wir auf der Autobahn das Fahrzeug verlassen müssen. Gefährlich ist nicht ein Problem für dich. Du hast deine Schäden benutzt. Du hast keine Gefährdung, du hast keine Gefährdung, die Fahrzeugen mit Waffen zu verhindern. Das sind nicht unbedingt deine Gefährdung. Also in Deutschland müssen wir zum Glück nicht bei jeder Verkehrskontrolle damit rechnen, dass jemand eine Schusswaffe zieht. Wir sind natürlich dafür trainiert immer zu zweit Verkehrssicherheit zu schaffen. Wir machen auch Kontrollen immer zu zweit. Das ist anders wie in Amerika. Wir sind jetzt auf eine Mission, um herauszufinden, was passiert ist. Wahrscheinlich ist es ein Abfall auf der Straße. Wir fahren durch, was die Deutschen nennen, eine Rettungsgasse, oder eine spezielle emergency-Lane, von Fahrzeugen auf der Autobahn. Glücklich wurden nur Fahrzeuge totale. Remarkably, die Fahrzeugen hatten nur minor Injuries. Guten Morgen. Können wir euch noch etwas helfen? Nein, eigentlich nicht. Dann hat sich das alles aufgestaut. Alle haben gebremst, einer nicht. Ja, alles klar. In den USA, wie Sie wissen, die US-Hyroid Patrol ist auch responsible für highway-safety. However, sie kontrollieren die Fahrzeuge, auch. Und oft ist es der Fall, dass sie hinter den Rädern, wie ich weiß, von personalem Erfahrung, zu catchen. Aber hier ist es eine andere Fahrzeuge, die Fahrzeuge kontrollieren, die Fahrzeuge auf dem Autobahn. Bei der Autobahn-Polizei sind wir hauptsächlich mit der Verkehrsunfallaufnahme betraut. Natürlich kontrollieren wir auch Fahrzeuge. Wir gucken, ob die Fahrzeugführer die nötigen Fahrerlaubnisse haben, ob die Alkohol getrunken haben, ob die vielleicht Drogen genommen haben. Wir haben hier besonders auf der Autobahn internationalen Verkehr. Wir haben viel mit Güterverkehr auch zu tun. Untertitelung des Flughauses ist ein Flugzeug von Polen, das die Fahrzeuge aufmerksam ist. Sie reagieren schnell, um es aus der Straße zu entfernen und bringen es zu einem Ort, wo routine Fahrzeuge verabschieden sind. Er hat keine Lenk- und Ruhezeiten. Auf den Lenk- und Ruhezeiten vermerkt er auch, wo er gestartet ist, wo er angekommen ist, sein Kilometerstand und so weiter, damit man das alles nachvollziehen kann. Das kann man in dem Fall nicht. Und das ist schon ziemlich schwerwiegend im Güterverkehr. A potentially costly mistake for this truck driver. As Tillmann already told us, one of their main jobs is to check drivers for alcohol consumption. I have some German schnapps now that I'm just gonna put in my mouth and swirl around and see if it makes any difference. Surprising, it does make a difference. So the tests continue. I don't drink anything. What's happening? In Germany, for drivers under 21, there is a zero-alcohol-tolerance policy. After that, drivers with a blood-alcohol level from 0.5 are considered unfit for the road. Ah, that looks good. So here will first of all, there will be nothing on the road. Yay! Back on the highway, we're heading out on the next mission and once again very fast. For example, the speed of flying in the USA is not enough, right? Nice! We reached 219 km per hour. That's 136 miles per hour. I feel bad for the people that are trying to get out of the way. There's debris on the Autobahn. Officer Hartung performs a maneuver to stop the traffic behind us so his partner can remove it safely. As you know, there's this big debate in Germany about whether or not to have a standard speed limit. So as police officers and as fast drivers, are you for or against a general speed limit in the country? Also my private Meinung dazu is, that I don't find a speed limit on autobahns not bad. Private, I don't drive particularly fast. And also in the service, it's always showing that accidents often have to do too high speed. The speed limit debate in Germany has been going on for decades. About 65% of the entire Autobahn network currently has no limit. Well that was more excitement than I bargained for. What impressed me the most about these officers is how quickly they reacted to the action on the Autobahn and also how cool they remained under pressure. I definitely have a renewed respect for the work they do. I hope you enjoyed this video. If you want to see more about myths of the Autobahn, then check out my other report right here. in Ruth Langley in the United States in Japan. I would like to see more about two people in the United States, as well as our crew where we are staying the same time and the other people have been working towards them. There were a lot of people